moin leute was geht hier ist wieder euer geist in dem heutigen video möchte ich euch eine neue herausforderung zeigen die korallen kumpel greifen nach den sternen doch bevor ich anfange wollte ich euch auf etwas aufmerksam machen und zwar haben über 92 prozent der zuschauer noch kein abo bei mir also falls euch meine videos gefallen leute und ihr mehr davon sehen wollt würde ich mich auf jeden fall über jedes abo freuen so kommen wir nun zum video für die herausforderung leute brauchen wir erstmal 100 metall und die kriegt ihr hier am besten bei sich auf der helikopter landebahn das markiere ich euch mal auf der karte leute damit ihr wisst was ich meine und zwar hier oben so da könnt ihr ganz schnell 100 metall abbauen das mache ich jetzt mal so leute wenn ihr nun 100 metall gefarmt habt müsst ihr einfach rüberschwimmen in richtung nordosten auf diese kleine insel dort wo wir auch schon vorher bei den korallen kumpel herausforderungen waren so da links ist es auch schon genau leute hier rechts neben der pyramide da müsst ihr hin da steht auch schon direkt 100 metall geben markiere ich euch auf der karte so ok leute wenn ihr dann hier seid einfach 100 metall geben und ihr habt die herausforderung abgeschlossen die korallen kumpel greifen nach den sternen nun fliegen sie halt in den weltall so leute das war es auch schon mit dem video falls euch das video gefallen hat schreibt es mir in die kommentare lasst ein like da und ansonsten sehen uns beim nächsten video ciao schreibt es mir auf